2 zu 2 am Schluss noch nicht mehr an, da seid ihr nicht zufrieden? Ihr hättet die Viergeber in Zeit bringen, nicht mehr an. Ja, das ist klar, dass wir mit dem Resultat nicht zufrieden sind. Wir haben uns viel vorgenommen vor dem Spiel, vor allem zu Hause, dass wir das Spiel eigentlich mal gewinnen können. Und ja, später, dass wir natürlich noch kurz vor dem Schluss so ein Goal bekommen, und dann sind wir nicht zufrieden, nein. Und was ist es gelagen, dass man wieder am Schluss so ein unnettiges Goal kassiert hat? Und um 2 zu 1 haben wir ja eigentlich alles im Griff gehabt, oder? Ehrlich gesagt, so kurz nach dem Spiel ist es schwierig zu sagen, was jetzt genau gelegen hat. Aber natürlich ist das klar, das ist sehr bitter. So kurz vor dem Schluss, als wir das zu Hause, vor allem nicht einmal mehr über die Zeit bringen. Ja, das hat mich verpasst. Oh, sonst ist ja nicht wunschgemäss gelaufen, es war ein schwieriges Spiel. Was ist da so schwierig gewesen? Ist Lugano so gut gewesen oder habt ihr nicht die beste Leistung abgerufen? Ja, nach dem Platz, nach der roten Karte von Lugano, es war natürlich klar, dass sie nicht reinstehen, die Räume zu machen und auf Konter spielen wollen. Aber trotzdem muss man sagen, haben wir unsere Chancen nicht so klar ausgespielt, wie wir uns das erhofft hätten. Und das hätten wir besser machen müssen. Jetzt hat er ja vier Punkte, Vorsprung auf Lugano, muss jeder im Hinterrottabellen, Drittel. Ich nehme an, ihr seid nicht zufrieden. Das ist ja nicht der Anspruch, welcher ihr an die Halshafte sind, oder? Nein, es ist ganz klar, dass wir nicht zufrieden sind. Jeder einzelne Spieler verlangt mehr, der Verein verlangt mehr. Ich glaube, dass wir momentan unter unseren Erwartungen und Leistungen spielen. Und das muss sich ja in der nächsten Zukunft ändern. Haben Sie Angst, hier zu gewinnen, wenn es um Heimspielen geht? Es war ja wieder kein Sieg, wieder ein Heimspiel, wieder kein Sieg. Warum gewinnt ihr hier nicht mehr im Torbio? Ehrlich gesagt schwierig zu sagen für mich. Es war jetzt das erste Heimspiel für mich. Woran liegt, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass der Knoten so bald wie möglich platzt. Und dass wir zu Hause die drei Punkte einfahren können. Danke sehr.